hallo leute es geht weiter speichern wie das kurz mal je speichern daten gespeichert daten gesichert super okay ich habe diesen menschenfresser ding da analysiert ja wie schon gerade gesagt ist ein menschenfresser nichts besonderes ich habe schon von ihm alles genommen und jetzt ist ein freier menschenfresser fresser meine ich denke ich glaube ich irgendwas ach verdammt verdammt ich muss mir erst wieder daran gewöhnen hier zu spielen ich habe echt lange nicht mehr das gespielt weil ich immer weil ich ja das von vorne spielen musste weil ich scheiße hatte glaube ich bin am ziel hat es ist da da ist das schlüsse den ich meinte mal part 18 okay jetzt sagt irgendwas rempo das muss dahin ein okay es geht weiter sie es ist verschlossen mit einem code keine sorge roxas diesen siegel wird uns nicht aufhalten und um eine kurz gesicherte tür zu öffnen brauchst du den selben code im schlüssel deshalb gilt wenn du mehr als ein code hast füge so viele kurze wie benötigt ein gut jetzt öffnen sie roxas okay jetzt müssen sie öffnen objekte schlüssel verdammt habe ich irgendwas nein scheiße warte monster gabst du irgendeinen bastard den ich irgendwie diese komischen zeichen gegeben habe oder nicht nicht den den auch nicht diesen pups greifvogel das auch nicht das auch nicht hier gabst du irgendeinen a da verdammt ich will nicht stärker machen hat den menschenfresser warte wenn ich jetzt eis gäbe was ist er dann ein eis menschenfresser oder was los naja anscheinend wo fickt die komm her okay jetzt ist da ein reicher menschenfresser und erst reich bestimmt reicher als uns aber egal ich mache jetzt das wald kleiner schlüssel okay ja das haben jetzt auch gemacht fix dich du boah töte ihn ich analysiere ihn fix die schlüssel ach warte wie hat man das jetzt wieder gemacht schlüssel ja okay jetzt ist da jetzt ist der eingang offen okay aber ich gehe erst noch nicht da rein weil ich komme erst noch die gegend an vielleicht habe ich irgendwas vergessen okay die blume habe ich analysiert sonst würde dir das nicht zeigen oder habe ich die nicht oder habe ich die noch nicht ich bin so und ich bin so unsicher jetzt momentan okay die blume glaube ich habe ich schon glaube ich mal okay warte wo kann man denn noch hin ah hier konnte man auch noch hin deswegen habe ich mir gefahrt wo diese stelle ist gradatum welt elf oder ja elf stirb stirb okay die sterben hier mit einem schlag super ganz ganz super ah okay verstehe ich glaube ich habe schon alles gezeigt wenn nicht schreibt es in den comments dass ich noch nicht einen teil gezeigt habe oder so den versuche ich dann zu finden okay die blume haben wir die auch anscheinend wohl ah wasser wasserfall sasuke wasserfall juhu 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 karte verdammt ich hasse diese boah wenn jetzt wenn ich wegen euch jetzt sterbe ihr bastarde dann fickt eure mama ihr bastarde man boah okay ich habe alles gezeigt was man zeigen musste alle orte wo man alles bekommt und ich gehe jetzt mal in die erste höhle und die erste höhle besiege nein bestätige alle schalter das zeige ich euch mal wie das ist ach scheiße man muss ja diesen komischen minotaurus besiegen okay komm her so 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 erstmal ihn töten dann um die schalter kümmern stirb doch verdammt stirb stirb okay super so jetzt kommt irgendein anderer schalter achso nein ah verdammte scheiße jetzt muss ich meine waffe ändern verdammt stimmt ja wartet okay es geht weiter ich hab das kurz noch gemacht ich hab den ball teil davon den schlüssel genommen und in dieses schwert gemacht ach verdammt linke hand ich muss es mal kurz ausrüsten sonst funktioniert dieser trick nicht jetzt muss es aber funktionieren los jetzt okay geschafft frei frei okay zeitbonus hier schlag alle gegner ähm ja und silber okay das ging ja ich habe davor immer bronze gehabt geht ja noch jetzt machen jetzt wechseln sie wieder die waffe weil ich hab keinen bock auf diese scheiß waffe die so einen schaden macht ja okay jetzt so okay das haben wir jetzt auch erledigt karte okay okay warte was kann man als nächstes ich glaube jetzt kommt das schalter irgendwas schlage alle gegner okay die musik ist geil die 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 oh fick dich ach fick dich du scheiß fledermaus okay so verdammt verdammt stirb doch verdammte scheiße okay ich muss jetzt irgendwie da hochkommen komm wo ist ein gegner achso jetzt kommt der scheiß scheiß schalter und jetzt muss ich den schieben in die richtige position ja 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 so 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 ja weiter schön schön bist ja so kräftig kannst ja so einen riesenstein schieben ist klar ist ja so klar wie bei selda so logisch so jetzt auf den anderen schalter oder und was kriege ich bronze oder was kriege ich silber boah silber 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 okay das ist doch langsam gut und was kommt jetzt kommen nicht diese ach jetzt kommen die karte nein warte habe ich die habe ich deren form geändert warte ich muss das ändern oder habe ich dir noch nicht analysiert ich glaube ich habe die noch nicht mehr analysiert okay 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 ich muss ja schnell machen warte ich habe ein feuerschwert deswegen wäre es jetzt irgendwie eigenartig jetzt mit irgendwas anderem zu kommen deswegen gruppe kann ich irgendwie stärker machen oder so steinpuppe okay ist auch eine gute kombi ähm verdammt okay äh monster monster wo war ich jetzt schleim das ist der da dieser komische bastard warte da ein stein als okay feuerklecks verdammt okay so jetzt mache ich das hier und jetzt ist der ein reicher klecks okay das haben wir jetzt auch erledigt jetzt kann ich die töten ähm ähm ist klar ist klar fick dich monster fick dich ins knie verdammter bastard warte komm her komm her ja okay komm ja wenn das so leicht ist dann mache ich die ganz schnell fertig so 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 komm her du glitschender bastard so 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 okay frei okay bronzer okay kann ich verstehen jetzt schneller besiegen können warte das ist katar kot ach so das war diese scheiße okay ah ja das haben wir bei part part 18 schon gesehen das ist nicht so interessant dann besiege alle gegner wer hat 10 volleys okay die wollen ein volley sind von mir verdammt aber ich scheiße auf den volley so so komm her so verdammt okay 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 boah fick dich ins knie boah wenn er jetzt einmal feuer spuckt ich habe es irgendwie geahnt okay der ist weg so und so du bist auch weg du mein fettkopf verdammt der suicide gefährdete Basta mann dieser der ist so suicide gefährdet ich stehe auf alles ja okay ich weiß verdammt so ein fettkopf ich sag's euch so so ähm so 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 der wollte noch nicht runterspringen so okay ich habe irgendwie gelevelt super ich stirb stirb doch verdammter Bastard okay du auch noch weil es so toll macht und kommt noch einer nein okay jetzt mach ich mal so okay wo ist der boah fick dich kein kommentar ich fick die Bastarde ich schaue auf alles ich ich mach die fertig besiege Waldwesen so das Waldwesen eigentlich ich habe da eine Idee wenn das Waldwesen sind dann okay hm ich habe eine geile Idee warte wo habe ich jetzt dieses scheiß Waldding reingepackt ich glaube aber Schlüssel war das oder oder wo habe ich das hier wieder hingepackt jetzt verdammt hast du Waffen boah nein so so das Walddings das kommt ach verdammt so das Walddings kommt es hier rein das Walddings kommt hier ich habe gesagt hier rein ey du wirst mich da ach okay Legierungsschwert so diese Legierungsfeuerschwert super warte wo war das scheiß Monster hier auf der Seite weiß ich noch boah fick dich ins Knie verdammt ab so jetzt ist ein Waldschädel Dings jetzt kann ich diesen Buster töten locker schnell töten so 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 oh du boah ich hasse dieses Teil hä wie komme ich jetzt auf einmal hier hin ich dachte ich bin runter gefallen Hä langsam verstehe ich dieses Spiel nicht mehr so ich brauche die Karte verdammt ach man boah das will ich noch in diesem Video schaffen boah ja ok ich habe es verstanden mach schneller man verfick dir scheiße nochmal fick dich Monster fick dich so wenn hier so runterfällt jetzt gebe ich dir eine geh komm her so 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 okay der ist runter gefallen okay jetzt muss ich schnell das machen so hole ist so 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 fick dich ins Knie kommst du hierher bist du so nett okay ich habe gewonnen Ich glaube, Bronze Hätte ich verstehen können mit Bronze Silber, boah, okay Ist auch klasse Ist klar Ist klar Ist klar, dass ich gerade runtergefallen bin Bei dieser scheiß Sache ist klar Fick dich, Spiel, fick dich Was? Stufenanstieg des Buch Okay Okay, Buch hat gelevelt, juhu P Ja, ist klar, mach weiter Die geile Musik Und wir sehen uns das nächste Mal Tschüss